Michael Högli, das Game-Winning-Goal geschossen, auf eine kuriosen Art und Weise, gegen den Verein, wo ihr drei Jahre dafür gespielt habt. Wie fühlt sich das an? Ich bin auch froh, dass wir die Punkte haben. Wir hatten eine harte Woche gegen Lugano und Bern und haben die Punkte unbedingt gebraucht. Von daher bin ich froh, dass wir sie zu Hause gebracht haben. Ist es doch noch etwas Spezielles, gegen den Alpverein zu treffen? Ja, es ist sicher speziell. Man kennt viele Leute. Während wir spielen, probiere ich einfach mein Spiel zu machen. Aber man sieht wieder die Leute, die man kennt. Das ist normal. Gratuliere.